Entsaften oder mixen, beziehungsweise Saft oder Smoothie? Bei der Frage scheiden sich wirklich die Geister. Viele sind der Meinung, man braucht unbedingt einen Entsafter, um den Verdauungsapparat zu entlasten. Andere wiederum schwören auf den Mixer, weil das ganze Lebensmittel verarbeitet wird. Deshalb möchte ich heute mal völlig neutral, ohne dass ich jetzt einem bestimmten Camp angehöre, jeweils die gesundheitlichen Vor- und Nachteile aufzeigen, damit du am Ende selbst entscheiden kannst, was für dich mehr Sinn macht. Zunächst aber erstmal die Frage, warum sollte man überhaupt mixen oder entsaften? Ist es nicht immer besser, das Lebensmittel unverarbeitet zu konsumieren? Natürlich sollte das die Basis sein, ganz klar. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass man nur noch mixen, beziehungsweise entsaften sollte, aber es gibt eben zwei entscheidende Vorteile, die sowohl ein Saft als auch ein Smoothie als Ergänzung zur normalen Ernährung mit sich bringt. Zum einen können wir viel größere Mengen an Obst und Gemüse zu uns nehmen und uns somit besser mit Mikronährstoffen versorgen, als wenn wir die Lebensmittel so essen würden. Gerade im Alltag, wo man es natürlich nicht immer schafft, genügend Gemüse zu sich zu nehmen, es ist natürlich sehr praktisch, mit einem Saft oder Smoothie die Mikronährstoffversorgung sicherstellen zu können. Und der zweite Faktor ist die Erhöhung der Bio-Verfügbarkeit diverser Nährstoffe durch das Mixen oder Entsaffen. Das ist der Anteil an Nährstoffen, die der Körper tatsächlich verwerten kann. Sowohl durch die mechanische Zerkleinerung beim Mixen, als auch durch das Auspressen der Pflanzenfasern beim Entsaften, erreichen wir nämlich einen zellulären Aufschluss. Durch den zellulären Aufschluss werden Nährstoffe freigesetzt und uns verfügbar gemacht, die wir durch reines Kauen nicht aufgenommen und so wieder ausgeschieden hätten. Den zellulären Aufschluss erreichen wir zwar auch durch das Kauen, allerdings kauen wir heutzutage sowieso zu wenig und selbst wenn wir nach jedem Bissen 30 Mal kauen würden, würden wir niemals so viele Nährstoffe freisetzen, wie es ein hochwertiger Mixer oder Entsafter schafft. Dieser Punkt greift besonders, wenn wir grünes Blattgemüse zu uns nehmen, was ich definitiv nur empfehlen kann, weil grüne Lebensmittel zu den Lebensmitteln mit der höchsten Nährstoffdichte überhaupt zählen und uns mit wertvollem Chlorophyll versorgen. Bei grünem Blattgemüse hat der Körper es jedoch besonders schwer, die Nährstoffe von den harten Pflanzenfasern zu befreien, weil wir eben keine Wiederkäuer sind, die durch ihr spezielles Gebiss- und Verdauungssystem die Pflanzenfasern optimal verwerten können. Und da helfen uns eben Hochleistungsmixer oder Entsafter, weil sie eine Art Vorverdauung für uns übernehmen und so dafür sorgen, dass wir ein Vielfaches an Nährstoffen verwerten können. Zusammenfassend bis hierhin kann man also sagen, vom Entsaften oder Mixen profitieren wir insofern, dass wir durch die Komprimierung einfach große Mengen an nährstoffreichem Gemüse, besonders grünem Blattgemüse, zu uns nehmen können. Und dadurch, dass wir durch den zellulären Aufschluss der Pflanzenfasern einen wesentlich größeren Anzahl an Nährstoffen verwerten können. Das sind also die Vorteile, die wir in beiden Fällen haben. Schauen wir uns jetzt aber im Detail mal an, wie sich das Mixen vom Entsaften unterscheidet. Wir beginnen mit dem Entsaften. Zunächst mal muss man sagen, dass es verschiedene Arten von Entsaftern gibt. Es gibt zum einen den Dampfentsafter, das ist die traditionelle Art des Entsaftens, bei der hauptsächlich Früchte durch heißen Wasserdampf entsaftet werden. Dann gibt es den Zentrifugenentsafter. Diese Art ist heutzutage sehr weit verbreitet, also die meisten günstigen Entsafte, die man heutzutage so findet, sind Entsafter dieser Art. Dabei wird das Pressgut durch eine Reibscheibe, die sich mit hoher Geschwindigkeit dreht, zerkleinert und dann gegen ein Sieb geschleudert, durch das dann der Saft abläuft. Und dann gibt es als dritte Art noch die Saftpressen, bei denen der Saft durch mechanischen Druck vom Trester getrennt wird. Dazu zählen zum Beispiel ganz klassisch Zitruspressen, mit denen man ausschließlich Zitrusfrüchte und Granatäpfel, dafür aber eben sehr schnell und einfach entsaften kann. Und neben den Zitruspressen gibt es unter den Saftpressen noch Entsafter mit sogenannten Pressschnecken. Mit solchen Entsaftern kann man jedes Obst und Gemüse und sogar schwer zu entsaftende Gräser und Wildkräuter problemlos entsaften. Weil sich die Pressschnecken bei dieser Art sehr langsam drehen, werden solche Entsafter auch als Slowjuicer bezeichnet. Und der dabei entstehende Saft wird als kaltgepresst bezeichnet, weil durch die langsamen Bewegungen keine Hitze entsteht. Weil solche Slowjuicer meiner Meinung nach die besten Entsafter sind und eigentlich sogar die einzigen Entsafter, mit denen man faserhaltiges Grünzeug wirklich zuverlässig entsaften kann, beziehe ich mich bei den Vor- und Nachteilen nur auf Slowjuicer. Schauen wir uns zunächst mal die Vorteile eines Slowjuicers an. Ein wesentlicher Vorteil des Entsaftens ist, dass wir die meisten Mikronährstoffe und bioaktiven Substanzen auf dem kleinsten Volumen zu uns nehmen, weil wir in einem Saft ja wesentlich größere Mengen verarbeiten können als in einem Smoothie, weil hier der reine Zellsaft gepresst wird und keine Ballaststoffe mehr enthalten sind. Das merkt man auch selbst, wenn man mal die gleiche Menge an Spinat beispielsweise einmal entsaftet und einmal mixt. Dann bekommt man am Ende ein kleines Glas Saft heraus und auf der anderen Seite einen riesigen Smoothie, bei dem man viel länger braucht, um ihn zu konsumieren. Das spricht also auf jeden Fall für den Saft. Wir können entweder mehr Vitalstoffe über den Saft zu uns nehmen oder wir brauchen weniger Saft, um die gleiche Vitalstoffmenge zu uns zu nehmen wie bei einem Smoothie. Die großen Vitalstoffmengen stehen uns außerdem fast vollständig zur Verfügung, weil die Nährstoffe beim Entsaften kaum oxidieren. Hier muss man aber differenzieren. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich mich ausschließlich auf Slowjuicer beziehe, denn nur bei dieser Entsafterart greift der Vorteil überhaupt. Bei Zentrifugen Entsaftern wäre genau das Gegenteil der Fall, weil durch die schnellen Drehungen viel Sauerstoff eingewirbelt wird und Hitze entsteht, die wiederum Vitalstoffe zerstört. Genau das gleiche bei Dampfentsaftern. Bei Slowjuicern hingegen wird das Pressgut durch die Presswalzen sehr langsam, aber dafür mit hohem Druck ausgepresst. Es wird kaum Sauerstoff eingewirbelt und es entsteht durch die niedrige Umdrehungszahl auch keine Hitze und somit bleiben die Vitalstoffe fast vollständig erhalten. Während ein Mixer eher wie ein Zentrifugalentsafter arbeitet, weil er sich natürlich mit einer sehr hohen Geschwindigkeit dreht, besonders die Hochleistungsmixer haben teilweise 2 bis 3 PS. Die Vitalstoffe sind zwar zum Teil durch die Pflanzenfasern vor Oxidation geschützt, durch die hohe Umdrehungszahl wird aber eben der Sauerstoff aus dem Mixbehälter eingewirbelt, was man auch daran sieht, dass viel Schaum entsteht und es entsteht Hitze, die auch Vitalstoffe zerstören kann. Und das Problem haben wir beim Slowjuicer eben kaum. Dadurch, dass Gemüsesäfte keine Faserstoffe mehr enthalten und der reine Zellsaft ausgepresst wird, kann der Körper den Saft sehr leicht aufnehmen und das Verdauungssystem wird entlastet. Sämtliche Verdauungsorgane, die sonst ständig arbeiten, wenn wir Nahrung zu uns nehmen, bekommen eine Pause und damit die Zeit, sich zu regenerieren. Denn jeder Bissen, den wir zu uns nehmen, muss, nachdem wir die Nahrung gekaut haben, weiter zerkleinert und aufgeschlossen werden. Dafür wird der Magen-Darm-Trakt stärker durchblutet und entsprechend weniger sauerstoffreiches Blut steht für das Gehirn und die Muskulatur zur Verfügung. Und das erklärt auch, warum wir uns nach einer großen, schweren Mahlzeit müde fühlen. Dieser Effekt fällt besonders stark aus, wenn wir uns von stark verarbeiteten Lebensmitteln ernähren, weil der Körper dann mehr Verdauungsenzyme selbst herstellen muss, die die Nahrung nicht liefert. Die Verdauung ist also ein aufwendiger Prozess, der viel Energie kostet. Von den Kalorien, die uns ein Nahrungsmittel zur Verfügung stellt, gehen ca. 10-20% für die Verdauung drauf. Bei Gemüsesäften hingegen ist nur ein Minimum an Verdauungsleistung erforderlich, weil alle Nährstoffe schon aufgeschlossen sind und innerhalb von Minuten ins Blut und in die Zellen gelangen. Deshalb spreche ich übrigens auch nur von Gemüsesäften, weil man bei Fruchtsäften wiederum den Nachteil hat, dass auch der Zucker direkt ins Blut geht und es zu einem starken, unkontrollierten Blutzuckeranstieg kommt. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Aber bei Gemüsesäfte haben wir eben den Vorteil, dass der Verdauungstrakt stark entlastet wird und die Zellen innerhalb von Minuten mit wertvollen Vitalstoffen geflutet werden. Der letzte Vorteil, über den ich sprechen möchte, geht in eine ähnliche Richtung. Und zwar eignen sich Säfte zur Sicherstellung der Mikronährstoffversorgung während des Fastens. Denn gerade bei Fastenperioden über mehrere Tage ist es natürlich wichtig, den Körper mit ausreichend Mikronährstoffen zu versorgen. Und da sind Gemüsesäfte wunderbar geeignet, weil sie wertvolle Vitalstoffe in großen Mengen liefern, aber der Verdauungstrakt gleichzeitig nicht beansprucht wird. In Bezug auf das Fasten ist es besonders wichtig, dass wir ausschließlich auf Gemüsesäfte setzen, am besten auch nur grüne Säfte, weil schon kleine Zuckermengen, zum Beispiel in Karotten oder Roter Beete, zu einer Insulinausschüttung führen können, die den Fastenstoffwechsel hemmt und somit die gesundheitlichen Vorteile des Fastens wieder aufhebt. Grüne Säfte können wir aber beim Fasten konsumieren, während Smoothies nicht so gut geeignet sind, weil sie eben Ballaststoffe enthalten, die die Darmtätigkeit anregen, obwohl wir beim Fasten ja gerade die Verdauungsorgane entlasten wollen. Aber nicht nur für längere Fastenperioden sind grüne Säfte wunderbar geeignet, sondern auch für das tägliche Intervallfasten. Denn wenn wir die erste Mahlzeit des Tages durch einen grünen Saft ersetzen, ist das eine sehr gute Methode, um den täglichen Fastenzeitraum zu erreichen, beziehungsweise ihn zu verlängern. Jetzt kommen wir zu den Nachteilen der Schattenseite des Entsaftens. Der offensichtlichste Nachteil ist der Nährstoffverlust durch den Trester. Denn bestimmte Substanzen, wie zum Beispiel die Polyphenole, sind an die pflanzlichen Zellwände gebunden und verbleiben beim Entsaften zum Teil in den Pflanzenfasern, die im Trester landen. Es hängt stark von der Qualität des Entsafters ab, wie relevant der Nachteil tatsächlich ist. Denn je stärker der Entsafter ist, desto höher ist die Saftausbeute und desto mehr Nährstoffe werden aus den Pflanzenfasern herausgelöst. Gerade wenn man regelmäßig und oft entsaftet, kann ich dementsprechend nur empfehlen, etwas mehr Geld für einen wirklich hochwertigen Entsafter, wie den Angel Juicer oder den Green Star auszugeben, weil man einfach einen hochwertigeren und deutlich nährstoffreicheren Saft erhält. Ich verlinke beide Entsafter mal unten in der Videobeschreibung. Ebenso schnell wie die Vitalstoffe gelangt auch der Zucker aus dem Saft ins Blut. Das habe ich ja gerade schon angesprochen. Und dementsprechend kommt es zu einem schnellen und starken Anstieg des Blutzuckerspiegels, wenn wir Früchte entsaften, was besonders für Diabetiker relevant sein kann. Das hängt damit zusammen, dass im Saft eben keine unlöslichen Ballaststoffe mehr enthalten sind, die den Blutzuckerspiegel langsamer ansteigen lassen, sondern der Zucker geht direkt ins Blut. Deshalb sollten wir Früchte in einem Saft eher vermeiden. Und das ist natürlich ein Nachteil von Säften gegenüber Smoothies, weil man durch süße Früchte geschmacklich natürlich nochmal einiges rausholen kann, besonders wenn man den bitteren Geschmack von grünem Blattgemüse neutralisieren will. Das Fehlen der Ballaststoffe bringt noch weitere Nachteile mit sich, weil diese im Rahmen einer gesunden Verdauung verschiedene Aufgaben haben. Zunächst muss man aber unterscheiden zwischen löslichen und unlöslichen Ballaststoffen. Lösliche Ballaststoffe sind in einem Saft enthalten, auch wenn alle Faserstoffe entfernt wurden, weil sie eben im Zellsaft gelöst sind. Sie können im Dünndarm nicht absorbiert werden, sondern gelangen in den Dickdarm und werden dort von den Darmbakterien zu kurzkettigen Fettsäuren abgebaut, die wiederum eine positive Wirkung auf das Darmmikrobiom haben. Die unlöslichen Ballaststoffe sind im Saft im Gegensatz zum Smoothie nicht enthalten. Sie passieren den Darm nahezu unverändert und sorgen in erster Linie für eine starke Vergrößerung des Stuhlvolumens. Dadurch sind unlösliche Ballaststoffe aber nicht weniger wichtig, weil sie für ein anhaltendes Sättigungsgefühl sorgen, die Darmperistaltik anregen und wie ein Besen im Darm wirken, weil sie Gift- und Abfallstoffe binden und über den Stuhl ausscheiden. Und diese unlöslichen Ballaststoffe fehlen eben im Saft. Was bei all den Punkten aber nicht zu vernachlässigen ist, besonders wenn man regelmäßig an Saften bzw. mixen möchte, ist die Alltagstauglichkeit. Da ist es natürlich wichtig, wie viel Zeit die Zubereitung und Reinigung zusammen einnehmen. Denn wenn der Entsafter nur unregelmäßig zum Einsatz kommt, weil man nach der Arbeit am Abend nicht mehr die Zeit dafür findet, ist es natürlich zu vernachlässigen, was jetzt nährstoffreicher ist, weil es viel wichtiger ist, dass man überhaupt die Zeit findet. Und da muss man sagen, dass das Entsaft nicht so gut abschneidet, weil man je nachdem, welches Lebensmittel man verarbeitet, zuerst das Gemüse klein schneiden muss, damit es in den Einfüllschach des Entsafters passt. Da muss man jedes Stück einzeln mit dem Stößel reindrücken. Und wenn man fertig entsaftet hat, steht natürlich auch noch die Reinigung der Einzelteile an, die auch noch relativ viel Zeit in Anspruch nimmt, sodass man insgesamt schon so mit 20-30 Minuten rechnen muss. Jetzt kommen wir zum großen Konkurrenten, dem Mixer. Hier werden die Lebensmittel nicht ausgepresst, sondern im Ganzen zusammen mit ein wenig Wasser in den Mixbehälter gegeben und durch rotierende Messer, die sich mit einer sehr hohen Geschwindigkeit drehen, zerkleinert. Dadurch, dass noch sämtliche Ballaststoffe enthalten sind, haben wir beim Smoothie eine deutlich dickflüssigere Konsistenz. Bei den Vor- und Nachteilen beziehe ich mich ganz klar nur auf Hochleistungsmixer mit einem starken Motor, die auch hartes Gemüse und Grünzeug zerkleinern können. Kommen wir zunächst mal zu den Vorteilen, die sich daraus ergeben. Ein Vorteil ist ganz klar, dass wir beim Smoothie das ganze Lebensmittel verarbeiten. Wir haben keine Nährstoffe, die im Tresta zurückbleiben. Denn auch die Nährstoffe bzw. sekundären Pflanzenstoffe, die in die pflanzlichen Zellwände eingelagert sind und beim Entsaften zum Teil im Tresta bleiben, nehmen wir über einen Smoothie vollständig zu uns. Das ganze Lebensmittel heißt, im Smoothie sind auch die Ballaststoffe vollständig enthalten. Auch die unlöslichen Ballaststoffe, wie z.B. Zellulose, die dafür sorgen, dass die Kohlenhydrate langsamer ins Blut gelangen, der Blutzuckerspiegel langsamer ansteigt und somit weniger Insulin ausgeschüttet wird. Wir haben also in Bezug auf den Blutzuckerspiegel bei einem Smoothie nicht so ein großes Problem, Früchte hinzuzugeben wie bei einem Saft. Und das ist natürlich gerade dann ein Vorteil, wenn man mit dem bitteren Geschmack von grünem Blattgemüse noch nicht so gut klarkommt. Man sollte trotzdem nicht zu viele Früchte dazugeben. Das ist zwar in Bezug auf den Blutzuckerspiegel kein Problem, aber in Bezug auf die Verdauung. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Die unlöslichen Ballaststoffe im Smoothie bringen aber auch generell eine verdauungsfördernde Wirkung mit sich. Sie können wie vorhin angesprochen nicht verstoffwechselt werden und gelangen nahezu unverändert durch den Verdauungstrakt. Dadurch nehmen sie im Magen viel Platz ein und sorgen für ein anhaltendes Sättigungsgefühl, das man bei einem Saft nicht hat. Ein Smoothie kann eine Mahlzeit somit viel eher ersetzen als ein Saft, den man eher als Nährstoffelektier ansehen sollte. Die unlöslichen Ballaststoffe vergrößern außerdem das Stuhlvolumen, regen dadurch die Darmperistaltik an und binden Gift- und Abfallstoffe im Darm, die dann über den Stuhl ausgeschieden werden. Die Herstellung eines Smoothies geht sehr schnell und nimmt in der Regel deutlich weniger als 5 Minuten in Anspruch, weil man die Lebensmittel einfach direkt mit ein bisschen Wasser in den Mixbehälter geben kann. Dann mixt man für 30 bis 45 Sekunden und das war es im Endeffekt auch schön. Geht also deutlich schneller als das Entsaften, bei dem man jedes Stück einzeln verarbeiten muss. Und auch die Reinigung geht super schnell, weil man keine Einzelteile hat, sondern den Mixbehälter einfach ein bis zwei Mal mit Wasser ausspült. Der Zeitfaktor ist wirklich nicht zu vernachlässigen, denn viel wichtiger, ob wir jetzt mixen oder entsaften, ist natürlich, ob wir überhaupt eins von beiden tun. Und wenn der Mixer häufiger zum Einsatz kommt, weil es eben so schnell und einfach geht, ist das natürlich ein großer Vorteil. Und jetzt kommen wir auch einmal hier zu den Nachteilen. Und zwar muss man sagen, dass Smoothies schnell Verdauungsprobleme verursachen können. Gerade am Anfang meint man es gut und möchte möglichst viele gesunde Zutaten dazugeben. Dann werden süße Früchte, saure Früchte, stärkehaltiges Gemüse und Fettquellen miteinander kombiniert. Und das kann eben schnell zu Verdauungsbeschwerden führen. Deswegen empfehle ich, möglichst wenige Zutaten hinzuzugeben, am besten eine Gemüseart, zum Beispiel Grünkohl, Spinat oder ein Wildkraut, plus maximal eine Frucht, zum Beispiel eine Banane, für den Geschmack und die Konsistenz. Viel mehr sollte es nicht sein. Und wenn man doch mehr dazugeben möchte, sollte man zumindest auf die richtige Kombination achten. Und das Problem hat man bei Säften eben nicht. Dazu kommt, dass beim Mixen ein Teil der Nährstoffe durch Oxidation verloren geht. Während ein Slowjuicer, wie der Angeljuicer, den ich übrigens sehr empfehlen kann, nur mit ca. 80 Umdrehungen die Minute arbeitet, also langsam und schonend entsaftet, erreicht ein Hochleistungsmixer im Schnitt 20.000 bis 40.000 Umdrehungen die Minute. Dadurch wird der Sauerstoff, der sich im Mixbehälter befindet, eingewirbelt und sorgt für eine Oxidation der Nährstoffe, die durch den Aufbruch der Zellwände freigesetzt wurden. Und gleichzeitig kann es aufgrund der enormen Geschwindigkeit zu einer Erhitzung kommen, durch die auch ein Teil der Nährstoffe zerstört wird. Wie groß der Anteil der Nährstoffe ist, die verloren gehen ist schwer zu sagen, weil es auch stark davon abhängt, wie lange man mixt. Meine Einschätzung nach ist die Oxidation aber ein Problem, das man beim Mixer aufgrund der Umdrehungszahl eher hat als bei einem Slowjuicer. Vorausgesetzt, man nimmt sowohl den Smoothie als auch den Saft direkt nach der Zubereitung zu sich. Denn wenn man das nicht tut und noch wartet, liegt wahrscheinlich wiederum der Smoothie vorn, weil die Vitalstoffe hier zum Teil durch die Pflanzenfasern vor Oxidation geschützt sind, während sie beim Saft frei verfügbar vorliegen und schneller verloren gehen. Den Nährstoffverlust beim Mixen kann man außerdem noch deutlich reduzieren, indem man auf einen Vakuummixer zurückgreift, weil hier vor dem eigentlichen Mixen der gesamte Sauerstoff aus dem Mixbehälter rausgesaugt wird und ein Vakuum erzeugt wird. So, ich dachte, ich zeige an der Stelle auch einfach nochmal, wie das Ganze mit einem Vakuummixer aussehen kann. Ich habe hier den Bianco Gusto Mixer, den verlinke ich auch einfach mal in der Videobeschreibung, falls das jemanden interessiert. Und zwar habe ich hier ganz normal Spinat mit ein bisschen Wasser im Mixbehälter, wie man das beim normalen Mixen auch macht. Und dann setzt man die Vakuumpumpe hier oben drauf, drückt den entsprechenden Knopf und dann wird eben auch schon die Luft, der gesamte Sauerstoff eben rausgezogen. Ich mache die jetzt aber hier einfach erstmal wieder aus, damit man mich auch versteht. Und genau, wenn die Luft dann komplett rausgesogen worden ist, das sieht man daran, dass sich der Punkt auf der Pumpe grün färbt, dann kann man ganz normal mixen, ohne dass irgendwas oxidiert. Und wenn man dann gemixt hat, kann man oben das Ventil lösen, damit man den Deckel auch wieder leicht abnehmen kann. Und ja, das war es im Endeffekt schon. Also super easy. Und der letzte Nachteil eines Mixers, den ich noch aufgreifen möchte, ist ganz klar die Lautstärke. Denn das Mixen geht zwar in der Regel schneller als das Entsaften, ist aber aufgrund der hohen Umdrehungszahl auch deutlich lauter. Das stört einen selbst natürlich nicht unbedingt, kann aber schnell zu einer Einschränkung werden, wenn man empfindliche Nachbarn hat und dann besonders früh morgens oder spätabends noch mixen möchte. Das waren jetzt meiner Meinung nach die wichtigsten Vor- und Nachteile. Wenn du der Meinung bist, dass ich einen wichtigen Punkt vergessen habe, schreib mir den gerne in die Kommentare und schreib mir auch direkt dazu, was du bevorzugst. Ich für mich kann gar nicht unbedingt sagen, was ich besser finde und ich finde, man muss sich da eigentlich auch gar nicht entscheiden, sondern kann die Vorteile von beidem für die eigene Gesundheit nutzen. Den Saft als schnell verfügbares, konzentriertes Nährstoffelixier und den Smoothie als langsamer, verdauliche, aber dafür vollständige Mahlzeit. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniere diesen Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.